schönen guten morgen meine damen und herren zur pressekonferenz ein jahr die rückspiegelei mit floh und wisch ihre fragen bitte keine fragen gut dann zeig mir eben hopperl aus matz ab dürfen dich bitten bei bandertag bei der stelle mit seil und spär aber was machen wir wie machen sie jetzt wisch du hast du was falsch verstanden können wir jetzt bitte uns konzentrieren und jetzt muss man ohne lachen wie so fremdsprache vielleicht ist es lustig mit lachen nein der herr ruhig hat es falsch gesagt deshalb bringt man die dorf du musst schauen dass ich glaube ich parallel bin er kommt der liebt wartet auf uns also wenn sie keine fragen haben wir müssen jetzt dann eh aufs postamt warum na ja ich schicke dich in den april was machst du auch nichts und sind ruhig ok geht drum fliegt sind starr wir machen das geht schon wir haben eine frage heute beginnt dancing stars ohne floh und wisch warum kein kommentar bahn bahn bah Untertitelung des ZDF für funk, 2017